Felix war komplett offen hier. Ich glaube einer kommt auf jeden Fall noch von 350 da aus der Richtung. Puschen uns schon von rechts. Ich würde ein paar Meter Platz machen für die. Ja da ist auch nämlich der eine. Direkt bei mir. Oh wow. Hat der Booster und Helm? Weiß ich nicht was der hatte. Der Died nicht. Come on. Rechts ist einer Low. Rechts ist Low. Der andere kommt auch noch von links. Über dir. Nice. Holy fucking shit. Der wurde komplett rasiert am Ende.